Oh, 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 das war knapp. Meint ihr, wir kommen da vorbei? Ja, aber ihr seht, es ist extrem knapp. Auch links, also es ist wirklich hier extrem knapp, wenn man da durchfährt. Jetzt geht's zum Goetheplatz. Ach, der Goetheplatz, doch, der ist ja auch in Großbestaben geschrieben, hab ich mich gar nicht erinnert. Okay, also, ich hatte ja vorher noch gesagt, dass die Haltestelle Goetheplatz gar nicht in Großbestaben geschrieben war, aber doch hier im IBIS steht's auch, die Haltestelle Goetheplatz hier in Großbestaben. Also dann kann es schon gut sein, gehe ich mal davon aus, dass, wenn der Name der Haltestelle in Großbestaben geschrieben ist, dass irgendwie so, dass die Haltestelle so ein zentraler Umsteigepunkt ist, beziehungsweise viele Linien an der Haltestelle da anhalten. So, hier geht's raus, so. Weil hier an der Haltestelle Goetheplatz kommt eigentlich, glaube ich, so gut wie fast jede Linie vorbei. Und an der Haltestelle Oberhof, glaube ich, auch. Also das sind so ziemlich zentrale Umsteigepunkte, also da sind eigentlich so gut wie alle Linien vertreten an den Haltestellen. So, wir müssen hier anhalten und öffnen gerade die hintere Tür. Und da wollen auch welche hier einsteigen. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. So, kommt noch jemand gelaufen? Die Dame? Nein, die läuft nur so da lang. Okay, dann geht's weiter. Tür hinten noch zumachen. Na, jetzt ist der Bus schon langsam ganz schön voll geworden. So, Straße ist frei. Können wir rausfahren. Zur nächsten Haltestelle Oberhof. Aber ihr seht, manchmal ist es auch so, dass hier die... So, wir dürfen reinfahren. Wir sind auf der Vorfahrtstraße. Und hier müssen wir jetzt Vorfahrt gewähren. Kommt aber keiner. Oh. So, und hier warten wir gerade, bis der Kollege da gefahren ist, damit wir noch ein bisschen auf die andere... Weil wir müssen ja hier raus, bis der Kollege hier vorbei ist, damit wir dann besser da rausfahren können. Und dann können wir nicht nur so ein bisschen geradeaus fahren. Und dann werden wir auch nicht hoffentlich hinten aufsetzen. Ja, genau. Und wir müssen jetzt hier rechts lang weiter. Und bei manchen Haltestellen ist es ja auch so, dass die Namen der Haltestellen hier so mittig im Ibis stehen. Vielleicht heißt das so, hier ist erstens Oberhof groß geschrieben. Also vielleicht auch wieder so, weil halt ziemlich viele Linien an der Haltestelle dort halten. Und jetzt noch mittig da im Ibis, vielleicht weil es auch von einigen Linien die Endhaltestelle ist. Das kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, weil ich glaube, die Haltestelle Mehrstraße, wo wir ja als erstes... Was ja die Endhaltestelle von der Linie 259 ist, die wir hier als erstes gefahren sind. Die war auch, glaube ich... Da stand Mehrstraße, glaube ich, auch mittig im Ibis. Da heißt es wahrscheinlich, dass es so eine Endhaltestelle von manchen Linien ist. So, hier hält die 255 und 257 und hier halten wir jetzt an. So, da wären wir... Und wir öffnen gerade mal beide Türen. Weil ich glaube, da kommen ein paar Leute gelaufen und da kommen sogar ganz schön viele gelaufen. Ja, oder? Ja, da kommen schon einige. Guten Tag. Hallo. Ja, ja, mecker, mecker. Alles gut. So, bitteschön. Guten Tag. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitteschön. Und ein Rückgeld. Hallo. Aber das sind schon einige, die jetzt hier einsteigen. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, die Dame. So, die Fahrgäste sind im Bus und wir gucken nochmal gerade. Ja, der ist schon jetzt langsam ganz schön voll. Also es sind so gut wie alle Plätze belegt und die Leute stehen schon ziemlich dicht auf dicht. So, wir müssen hier auf die gerade, die Spur für zum Geradeaus fahren. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir auf das Signal für öffentliche Verkehrsmittel achten müssen oder nicht. Ich glaube aber nicht, weil wir hier geradeaus fahren wollen. Signal für öffentliche Verkehrsmittel ist nur dann wahrscheinlich von Bedeutung, wenn man jetzt da rein zur Haltestelle Oberhof fährt. So, und hier sind wir ja auch auf der Strecke auch mit der 259 das erste Mal hier lang gefahren, nur halt in die andere Richtung. Mal schauen, ob wir jetzt weiterhin, weil wir enden ja, also die Endhaltestelle von der heutigen Fahrt ist ja die Haltestelle, wo wir mit der 259 losgefahren sind. Aber ne, wir fahren jetzt nicht weiter wie die 259 fährt, sondern wir fahren jetzt geradeaus weiter. Und ihr seht die 259, die fährt hier rechts lang weiter. Und da kommt dann glaube ich so als nächstes die Haltestelle Marktplatz oder so, ist ja auch so glaube ich ein zentraler Umsteigepunkt. Und wir fahren als nächstes zur Haltestelle Schlachthof. Das ist jetzt hier auch wieder ganz normal geschrieben, also nur der Anfangsbestabe halt groß. Und dann wird es wahrscheinlich, also ich gehe mal stark davon aus, dass es so sein wird, wenn alles groß geschrieben ist, sind es so Haltestellen, wo ziemlich viele Linien halten. So, warten wir, dass die Ampel grün wird. Und hier links geht es ja übrigens zum Betriebshof rein. Da sind wir ja vorletztes, ja vorletztes Mal, also beziehungsweise letztes Mal, als wir hier in Gladbeck gefahren sind, sind wir ja die Linie, ich weiß gar nicht welches war, ich glaube die 257 war es genau, zur Haltestelle Oberhof gefahren und danach noch hier, hier links rein auf den Betriebshof. Und wir fahren jetzt hier aber geradeaus weiter. Verspätung liegt jetzt bei, oh jetzt bin ich gerade voll auf die Windows-Taste gekommen. Ich wollte eigentlich nur die Leertaste drücken, habe gerade nämlich nicht auf die Tastatur geschaut. Die habe ich hier immer so links von mir stehen, weil ich hier, weil ich habe, halt ja, 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 ja. So, ich muss mal besser konzentrieren gerade, warte gleich nochmal. So, lassen wir erstmal die Fahrgäste raus. Also, die Controller, die halte ich hier immer so vor mir, normalerweise habe ich eine Tastatur natürlich hier immer vor mir so stehen, aber die stelle ich halt immer zur Seite weg, damit die hier nicht so stört und ich hier besser halt den Controller halten kann. Und da habe ich gerade halt nicht so ganz genau aufgepasst, weil ich halt hier links auf die Tastatur drücke. Dann bin ich halt eben gerade voll auf die Windows-Taste gekommen, aber ich glaube, ihr habt aber so die Taskleistung so gar nicht gesehen. So, jetzt sind aber auch alle ausgestiegen. Naja, jetzt haben wir die nächsten Leute, die in der nächsten Haltestelle einsteigen, wieder viel Platzauswahl. Das war aber auch gerade hier ein hartes Lenkmanöver. War aber eigentlich gar nicht bewusst gewollt, also war eigentlich ganz zufällig. So, jetzt geht es zur nächsten Haltestelle, Ringeldorfer Straße. So, und da wären wir auch schon. Und das Mädchen und die Dame haben jetzt hier freie Platzwahl. Guten Tag. So, Tür wieder zu und weiter geht's. Da drängelt er sich noch raus. Naja, aber vielleicht dachte er auch, dass wir links abbiegen wollen, weil wir eben kurz links geblinkt haben. Kann natürlich auch sein. So, fahren wir dem einmal hinterher. 30 kmh sind ja hier erlaubt. Und die nächste Hallestelle ist die Allmannstraße. So, jetzt probiere ich wieder hier nur so viel Gas zu geben, dass wir genau bei 30 kmh bleiben. Ja, sieht auch schon mal ganz gut aus. Also 33 kmh könnten wir fahren, wenn wir geblitzt werden würden, weil abzüglich Toleranz würde es ja dann glaube ich genau 30 kmh geben. Also ich glaube da wird immer, ich weiß nicht in welchen Fällen, aber ich glaube in den meisten Fällen wird immer so 10% Gerätetoleranz oder wie man es nennt abgezogen. Das heißt, wenn man 30 kmh fahren würde, 10% davon wären eher 3 kmh, also könnte man sozusagen 33 kmh fahren. Das heißt, wenn man dann geblitzt werden würde, würde es sozusagen glaube ich gar nichts ausmachen. So, und der Kollege will dann da vorne gleich rechts abbiegen. Oder hä, wie ist das jetzt gerade geblinkt? Keine Ahnung. Okay, da vorne ist die nächste Hallestelle, die Allmannstraße. Und blinken wir schon mal und halten an. So, da wären wir. Und wir öffnen gerade die vorderste Tür. Guten Tag, hallo. Ein normalen Fahrschein, bitteschön. Jetzt gucke ich auch hier schön rüber zur Tastatur und nicht, dass ich irgendwas Falsches drücke. Guten Tag, hallo. Okay, Fahrgäste sind im Bus. Es kann weitergehen. Blinker links, Haltestellenbremse lösen. Und wir geben Gas. Und jetzt geht es zur Buttendorfer Straße. Und die sind weiterhin 30 kmh erlaubt. So. Guck hier, dass es so viel Gas gibt, dass wir ungefähr bei 30 kmh dann ungefähr so bei der Geschwindigkeit bleiben. Aber da vorne ist ja eh schon die nächste Haltestelle. Und nach der Kreuzung blinken wir dann. Nicht, dass hier irgendein anderer Autofahrer denkt, wir wollen hier abbiegen und kann dann hier rausfahren oder so. Weil wenn wir jetzt geblinkt hätten vor der Kreuzung, hätte der Autofahrer von dem roten Auto hier eben in der Straße rechts wahrscheinlich gedacht, naja, der will jetzt hier reinfahren, dann kann ich mal schön rausfahren, beziehungsweise wahrscheinlich wäre er nicht rausgefahren, weil da noch andere Autos gekommen sind. Guten Tag. Und ja, aber wenn jetzt da kein anderes Auto irgendwo gekommen wäre, dann wäre der wahrscheinlich rausgefahren, weil er gedacht hätte, der blinkt rechts und will jetzt hier reinfahren. Und dann kann ich ja rausfahren. Und deswegen war es halt jetzt hier im Moment eben gerade wichtig, dass wir halt erst nach der Kreuzung geblinkt haben. Und jetzt geht es zur Haltestelle im Linerot. Im Linerot, so, nicht im Linerot. Er ist ja auch mit Doppel-T, also Linerot. Stimmt ja. So, die ist auch schon da vorne. Mal schauen, dass wir heute die Verspätung so vielleicht noch auf 10 Minuten runterkriegen. Könnten wir schaffen, bin ich mir sicher. So, da wären wir. Linke ist gesetzt. Und wir öffnen die Tür. So, die Leute kommen vorgelaufen. Guten Tag, hallo. Ist doch viel zu spät. Ja, ja, ist ja gut. So. Linker links, es geht weiter. Wir fuhren uns jetzt hier gerade aus. Und hier dürfen wir auf 50 kmh fahren, das heißt, wir können ein bisschen mehr Gas geben. Aber jetzt parken die Autos hier auf der, auf unserer, auf unserer Seite. Davor haben sie ja immer auf der anderen, auf der Seite von der anderen Spur geparkt. Und hier müssen wir jetzt immer gucken, dass wir keinen Gegenverkehr haben. Und dann hier ausweichen können auf die andere Straßenseite, um hier die parkenden Autos zu umfahren. Nächste Händestelle, Klara Straßen. So, müssen wir auch gucken, warten, bis der Gegenverkehr durch ist. Wir würden zwar da knapp durchpassen, glaube ich, aber das ist mir dann doch zu eng. So, jetzt. Ist, glaube ich, ganz schön eng, wenn wir da jetzt gefahren wären, wo der Gegenverkehr gekommen ist. So, ich hoffe, der Kollege hält da vorne an. Na gut, okay. Okay, wir sind aber eh vorbei, bis der kommt. So, der hat noch. Ja, der hält hier kurz an. So, da wären wir an der Klara Straße. Und wir öffnen gerade beide Türen. Guten Tag, die Dame. Hallo. Die Fahrgäste sind hinten ausgestiegen. Der Bus ist jetzt schon wieder mittlerweile ganz schön voll geworden. So, hier sind wir weiterhin wieder jetzt mal 30 kmh erlaubt. Besteuernigen wir auf 30 kmh. Mal schauen, ob ich hier durchkomme, ohne aufzusetzen. Bitte, bitte. Ja, ja, komm, komm. Nein, schade. Ich dachte, es klappt. Ist ganz schön eng. Hier müssen wir jetzt halt mal wirklich über den Bordstein fahren und das klappt nicht. Ja, 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 ja. Es ging halt nicht anders. Alles gut. So, hier ist jetzt weiterhin so, dass die Autos hier auf der rechten Seite parken. Deswegen müssen wir wieder hier erstmal hinter denen warten. Wir könnten uns da zwar, ja, knapp durchlängeln, aber das würde ziemlich knapp werden. So, da fahren wir kurz vorbei. Ah, jetzt habe ich gerade wieder so stark gelenkt. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp. Meint ihr, wir kommen da vorbei? Ja, aber ihr seht, es ist extrem knapp. Auch links, also es ist wirklich extrem knapp, wenn man da durchfährt. So, da sind wir an der Gertrudstraße und halten gerade an. Und von den 10 Minuten Verspätungen, von denen ich vorhin geredet habe, die wir an der Endhaltestelle vielleicht noch haben, sieht es eher nicht so danach aus. Guten Tag. Ja, ja, ist ja gut. Haben wir jetzt schon oft genug gehört. So. Okay, Tür wieder zu. Es geht weiter. Und da haben wir weiterhin parkende Autos auf unserer Straßenseite. Aber ich habe da eigentlich gar kein so großes Problem mit. Ich finde das eigentlich ganz cool. So ein bisschen Herausforderung bringt es ja so. Obwohl, das ist total knapp, wenn wir da durchfahren würden. So, jetzt aber. Schön rüber und schnell hier vorbei. Und wenn da einer kommt, dann probieren wir möglichst... Oh, oh, oh. Scheiße, da kommt einer. Möglichst hier rüber zu fahren. Na gut, da ist genug Platz. Der fährt ein bisschen rüber. Wunderbar, danke schön. So, und dann kommen wir hier gut vorbei zur nächsten Haltestelle. Stettinger Straße. Stettinger Straße, da wären wir hier. Wir haben keinen Haltewunsch. Es wartet keiner. Dann kann es direkt weitergehen. Und zwar hier am Kreisverkehr. Da verlassen wir den an der zweiten Ausfahrt. So, wir sind eh auf der Vorfahrtsstraße. Dürfen wir ja reinfahren. Seht ihr auch hier an den Markierungen da im Kreisel. So, und der ist auch auf der Vorfahrtsstraße. Darfst also reinfahren, Kollege. Ja, komm, du darfst fahren. Wir wollen nicht noch ewig warten. Ich gehe mal kurz mit der Lichthupe zeichnen, dass er fahren soll. Ja, jetzt fährt er. Wunderbar. Noch einer. Ja, komm, du bist auf der Vorfahrtsstraße. Du darfst fahren. Ja, der hat es verstanden. Okay, dann dem einmal hinterher. Bevor der VW da hinten kommt. So, es wird hinten links eng, wie ihr seht. Ja, okay. Voll innen aufgesetzt. Ich bin viel zu weit nach innen gefahren. Naja, halb zu wild. Und hier fahren wir raus. So. Na, geradeaus will ich schauen. So, jetzt. Jetzt geht es zur Beuysstraße. Und die liegt auch schon da vorne. Und ich weiß gar nicht, dürfen wir hier 50 oder 30 fahren. Und da steht es wieder. 50 kmh. Okay. So. Oh. War hier rechts vor links oder sind wir auf der Vorfahrtsstraße? Naja, bis der da eben aus der Straße rausgekommen wäre, waren wir ja schon vorbei. So, da wären wir. So, da wären wir. Öffnen wir gerade die Tür. Und diesmal haben wir eigentlich ziemlich gut angehalten. Also, schön hier vor den wartenden Fahrgästen. Guten Tag. Und, ja, wenn wir eigentlich, ich müsste mehr gucken, dass ich es mehr so jetzt hinkriege, dass ich so direkt vor den wartenden Fahrgästen anhalte. Weil bis jetzt war es irgendwie immer so, dass ich viel weiter gefahren bin als da, wo die halt, wo die Fahrgäste warten. Da mussten die halt immer noch so ein Stück nach vorne laufen. Das kostet natürlich auch nochmal ein bisschen Zeit. Naja, aber halb so wild. Heute sage ich irgendwie, ja, ziemlich oft halb so wild. Keine Ahnung, wieso. So, Münsterländer Straße. Da wären wir. Und jetzt schön vor den Fahrgästen anhalten. So, wunderbar. Hier wartet nur die Frau auf uns. Guten Tag. Hier seht ihr auch wieder, warten auch wieder, halten auch wieder ein paar mehr Linien. Und die, der Name der Haltestelle ist auch hier wieder komplett in Großbuchstaben geschrieben. Also ich bin jetzt mal, ich gehe jetzt mal ziemlich stark davon aus, dass wenn der Name der Linie, ja nicht der Name der Linie, sondern der Name der Haltestelle in Großbuchstaben geschrieben ist, dann wird es eine Haltestelle sein, wo mehrere Linien, also keine Ahnung wie viele, minimal da anhalten müssen, damit es in Großbuchstaben geschrieben ist. Auf jeden Fall nicht nur ein oder zwei, glaube ich, da anhalten, sondern mindestens drei oder so. Keine Ahnung. So, jetzt geht es zur nächsten Haltestelle. Und da vorne an der Kreuzung, wenn wir jetzt die 259 gefahren wären, die wir ja damals als erstes hier gefahren sind, dann wären wir da in dem Fall links abgebogen. Und hier sind wir an der Hunsrückstraße. Und hier seht ihr, warten, halten hier auch drei verschiedene Linien. Und da gehe ich mal wirklich stark davon aus, dass mindestens drei Linien an der Haltestelle anhalten müssen, damit der Name der Haltestelle... Hallo. Guten Tag, hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke, bitteschön. Dankeschön. Damit der Name der... Ja, falsche Taste. So, jetzt die vorderste Tür zu. Damit der... Also mindestens drei Linien müssen an der Haltestelle halten, damit der Name der Haltestelle auch im Ibis großgeschrieben ist. Und jetzt geht es zur Reichenbergstraße. Reichenberger Straße. Ne, Reichenberger Straße. So, nicht Reichenbergstraße, sondern Reichenberger Straße. So, hier geht es geradeaus weiter. 50 kmh sind ja erlaubt. Können wir noch ein bisschen Gas geben. Jetzt probiere ich wieder genau so viel Gas zu geben, dass wir bei 50 kmh bleiben. Beziehungsweise hier ist eh die nächste Haltestelle. Wartet aber keiner. Können wir durchfahren. Und jetzt geht es zur... Haltestelle Kärtener Ring. Haltestelle Kärtener Ring. Und das war doch auch eigentlich eine Haltestelle, wo wir glaube ich... Ja, hier kann ich mich noch erinnern. Und hier waren wir... Genau, hier sind wir auch am Anfang mit der 259 vorbeigekommen. Und hier müssen wir jetzt aber auf der rechten Seite anhalten. Da haben wir da, wo die Straßenbahngleise sind, damals mit der 259 angehalten. Und dann sind wir jetzt auch gleich, glaube ich schon, an der Endhaltestelle angekommen. So, kommen Sie rein, die Herren. Guten Tag, hallo. Guten Tag. So. Gucken wir mal, dass die Leute ausgeschlagen sind. Jo, sind sie. Blinker links. Es geht weiter. Und jetzt... Nächste Haltestelle. Gelsenkirchen, Burastraße. Genau. Gelsenkirchen, Burastraße. Da geht es jetzt hin zur Endhaltestelle der heutigen Linienfahrt. So, beschleunigen wir nochmal. Und ich glaube, die liegt auch schon direkt nach dem Anstieg hier. Ja, genau. Da unten müssen wir dann rechts rein. Und da sind dann die ganzen Haltestellen, beziehungsweise Haltepositionen von denen, wo die verschiedenen Linien am Ende anhalten. So, schön hier vorbekommen rum. Das klappt doch ganz gut. Bis auf heute ein paar starke Einlenker an manchen Stellen. Ist die heutige Fahrt eigentlich auch ganz gut verlaufen. Bin ja eigentlich ziemlich zufrieden damit. Und so, da werden wir nochmal hier rechts abbiegen. Und dann schauen wir an, welcher Position wir da anhalten müssen. So, hier schön rein. So, und dann gucken wir mal. Hier nicht, es ist die 253 und 259, die halten hier. Und wir halten hier an die 252 und 258, die wir ja heute fahren. Da wären wir an der Endhaltestelle, dann, ja, ist da die Fahrplanauswertung. Wunderbar. Und dann war es auch wieder eine wirklich ziemlich gute Fahrt, wie ich finde. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Die Fahrt hat euch hoffentlich auch wieder gefallen. Und dann, nächstes Mal sind wir dann wieder in Wankendorf unterwegs. Und dann jetzt weiterhin so ein bisschen abwechselnd Wankendorf-Gladbeck, Wankendorf-Gladbeck, wie ich es euch ja schon vor einiger Zeit erzählt habe. Und dann, ja, war es das auch schon wieder von diesem Teil, von Let's Play Omsi 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Laiengamer1. Ciao.